Nachdem wir die für den Transport eines Aufliegers auf einer Fähre erforderlichen technischen Features quasi schon auf dem Trockendeck in Werlte vorgestellt haben, reicht KRONE TV heute die dazu passenden bewegten Bilder nach. Wir drehen heute hier auf dem DFDS Terminal im Hafen Rotterdam und begleiten den entsprechend ausgestatteten Profiliner unseres Kunden KDS Logistics auf seinem kurzen Weg vom Kai in die Fähre. Der Spezialschlepper, auch Tuckmaster genannt, nimmt zunächst den sogenannten Tressel auf, fährt dann samt Tressel unter den Auflieger und anschließend je nach Platzverhältnissen auf der Fähre vorwärts oder rückwärts auf das Schiff. Der auf dem Schiffsboden hydraulisch verriegelbare Tressel ersetzt den A-Bock und den und erübrigt auch das Verzuchern des Aufliegers mit schweren Gurten in den Ferry-Lashings. Die kommen nur noch bei sehr rauer See zum Einsatz. Und für den Weitertransport der an Bord mitgeführten Container wartet am Kai schon der KRONE Boxliner. Also KRONE all over, auch im maritimen Umfeld.